In den Straßen von Barcelona. Usball verdient seinen Lebensunterhalt mit illegalen Geschäften. In Alejandro Iñárritus' Film Beautiful. Doch trägt den Kleinkriminellen vor allem die Liebe zu seinen Kindern, denen er hingebungsvoller Vater ist. Und dann beginnt der Abstieg. Usballs Straßenhändler werden bei einer Razzia gefasst. Damit nicht genug. Er erfährt, dass er todkrank ist. Seine spirituelle Gabe hilft ihm, mit dieser Situation besser fertig zu werden. Das Metaphysische, Spirituelle, was im Drehbuch angelegt ist, bedeutet für diese Figur, dass er diese Welt ohne die Last verlassen kann, die er schon seit Jahren mit sich herumträgt. Bardem wurde für diese Rolle in Cannes als bester Darsteller ausgezeichnet. Beautiful, ab morgen in Deutschland, ab 17. März in der Schweiz, im Kino.